Das GNTM Action Shooting ist hier aufgebaut, deshalb hatten wir das schon vorher hier ins Studio gestellt bei unserer Vorstellung, weil es relativ aufwendig ist. Aber jetzt läuft alles und ich erkläre euch auch jetzt warum. Ihr seid schick angezogen, ihr könnt wirklich nichts tragen, aber in diesem Fall sieht es vielleicht doch ganz gut aus. Insgesamt sind hier sechs Kameras im Studio aufgebaut worden. Alle zehn Sekunden seht ihr einen Blitz und dann löst auch die Kamera dementsprechend aus, aber unterschiedlich. Also nicht alle synchron, sondern an jeder Stelle alle zehn Sekunden wird die Kamera ausgelöst. Ihr müsst nichts weiter tun, als bei jeder Kamera einmal im Bild zu sehen zu sein. Im Bild zu sehen sein bedeutet in diesem Fall, dass man von jedem mindestens ein Auge im Bild sehen sollte. Ihr könnt das kontrollieren, indem ihr oben auf diese Leinwände guckt. Da seht ihr jede einzelne Kamera. Ihr dürft während des gesamten Spiels nicht auf die Treppe steigen und eine Position suchen, damit euch die Kamera fotografiert. Ein Foto eurer Spiegelung zählt nicht und ihr dürft natürlich die Position der Kamera ebenfalls nicht verändern. Merkst du, wie die schon in Eventualitäten durchgehen? Für den Fall, dass wir nachher kommen mit Moment mal. Ja, genau. Aber ansonsten sind das wie so Gesetze, die nach drei, vier Präzedenzfällen vor Gericht dann erst entstehen. Man darf nicht mit einem Pferd rückwärts durch Utah oder so. Ja, oder mit einem Elefant parken und so. Ihr habt insgesamt neun Minuten Zeit für alle sechs Fotos. Ja? Also eigentlich ist alles selbsterklärend. Solltet ihr eine Frage haben, könnt ihr jederzeit zu mir kommen und mich fragen. Ist bei diesem Spiel berücksichtigt, dass Klaas es heute nicht so gut geht? Gibt es Sachen, wo du sagst, da könnt ihr auch doppelt zählen? Natürlich nicht. Euch geht es ja nie gut. Also ich raff tatsächlich das, also ich raff das Spiel und alles, aber die einzelnen Herausforderungen, die uns, die das jetzt auch notwendig machen, dass wir neun Minuten bekommen. Also ich habe das Gefühl, das dauert eine Minute, dann sind wir fertig. Gut, dann versuch es doch einfach. Wunderbar, dass wir dich nicht einstellen. Meine Damen und Herren, Spiel 1 nennt sich das Germany's Next Topmodel Action Shooting und startet genau jetzt. Hier zum Beispiel, was sollen wir da machen? Ja, hier einmal da vorlegen. Alle. Also ihr müsst beide zu sehen sein. Mindestens ein Auge von euch. Gut, hat ausgelöst, aber ich sehe nur die Hände. Das spielt jetzt gar nicht so leicht. Ach, so eine Scheiße. Aber wir müssen beide im Bild sein. Gleichzeitig. Ja, selbstverständlich gleichzeitig. Hä? Deswegen habe ich gesagt, mindestens mit einem Auge. Aber denk noch mal an meine Worte. Alle zehn Sekunden löst die Kamera aus. Drei, zwei, jetzt. Okay. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Kopf, Rutter. Zwei. Ein. So, da sehe ich jetzt. Meine Zunge. Nee, das hat nicht geklappt. Deine Augen waren nicht drin, Joko, nur deine Riesennase. Also die Problematik wird mir bewusst jetzt. Ja. Ja, schön. Okay, warte, 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 warte. Also ich freue mich, dass du jetzt bei mir bist, Klaas. Ja, ich habe jetzt mich verziehen. Lass es nicht, warte. Wann blitzt der denn hier? Jetzt. Ja, du warst drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ein, neun, zehn. Ja, sehr schön geschafft. Ja, sehr gut. Das erste Foto. Was ist das hier? Hä? Wie geht das? Muss die Kamera überhaupt? Genau, ihr müsst euch dazwischen quetschen, aber vielleicht von jeder Seite einer. Sieben Minuten dreißig, habt ihr noch? Oh, ich muss meine Brille ausziehen, das geht doch nicht. Willst du mir die geben oder willst du die mit der Klaaschen? Also das ist jetzt für meinen Nacken nicht so gut. Kommst du denn weiter rein? Ja. Aber wieder... Gellert, kommen die wieder raus. Entschuldige, das ist nicht wieder wach gemeint, die Lache. Stie, kannst du... Warte mal, Stieb, kannst du mal bitte die Brille abnehmen? Ja, nehme ich dir ab. So. Gellert, kann ich irgendwas machen? Gut. Also momentan sieht man nur Joko. Komm, da hau los, aber... Komm zu mir, komm zu mir. Komm, ich drück, ihr müsst mal das streamig. Komm, komm, komm. Klaas, du bist gleich da. Ja, sehr gut. Und wieder raus. Kannst du mich ziehen? So, ich zieh dich. Ich zieh dich aber andere. Klaas, ich zieh dich. Klaas, ich zieh dich. Oh Gott. Geht das? Oh Gott. Alles okay? Ich bin dafür nicht gemacht, dass der Mann leidet. Komm. Jetzt andersrum besser. So, alles gut? Hast du super gemacht. Das zweite Foto, komm. Vier sind noch da. Für was mir hier gelobt wird. Wollen wir da hüpfen? Wo? Da. Ja. Das ist auch sehr gut für den Nacken. Ja, oder weiß ich nicht. Was ist das andere? Da müssen wir ja da wahrscheinlich irgendwie hochlaufen. Wo ist die Kamera? Warte, lass einmal kurz ihr Timing. Wie viel müssen wir schaffen? Alle? Alle. Ihr habt jetzt noch knapp über sechs Minuten. Joko sieht man, oh Klaas auch. Vier, drei, zwei, eins und jetzt gleich irgendwann. Oh ja, sehr gut. Geschafft. Super. Nummer drei. Hochlaufen. Ja, aber wenn wir einen lassen. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Scheiße. Ne, zu schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Yeah, aufgeschafft. Super. Das hier. Hier. Was ist das? Ganz oben. Ihr seid wirklich die allerletzten. Warte, warte, warte. Von oben könnt ihr reingucken. Ach so, wegen Joko hier. Oh, muss ich in jeder Sendung irgendeine Scheiße mit Höhe machen, ihr Wichser? Ah, ihr habt noch super Zeit. Nehmen die nicht jetzt immer Wichser, schon direkt um Viertel nach acht. Oh, sieht das gut aus. Da ist das Foto, super. Fünf Minuten noch. Was haben wir denn? Ihr habt hier noch umso kleine Sprungrampe. Ja, das wird schwer. Da müssen wir ja zeitgleich springen. Ja. Oh ne. Aber das kann ja doch gar nicht. Steven, bitte ich, sei bitte nicht pepstiger. Nein, nein, ich bin nicht pepstiger als der Papst. Aber lass mich einmal testen, bevor du springst, Klaas. Da möchte ich... Ne, spring du mal erst mal. Ich glaube, dein kompletter Körper wird langsam stark. Ja, kann ich nicht so eine Halskrause haben, dass mich einfach... Aber schaut doch mal ganz genau hin da. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, mit Laufen ist die Scheiße. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Guck mal, komm mal her, komm mal her. Ach, wo bist du? Ihr seid so smart. Ja, geschafft! Sehr gut. Deswegen, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Das, komm runter. Aber pass auf. Ich hab eben, ich wollte. Damit habt ihr nicht geregnet. Das habt ihr falsch aufgebaut. Tor gemacht. Spiel Nummer eins habt ihr gewonnen.